Yo Leute, was geht ab? Yo Leute, was geht ab? Und zwar haben wir heute einen Lügendetektor hier. Ich wollte Aika unbedingt ein paar Fragen stellen, die mir auf dem Herzen brennen. Damit ich auch sicher gehen kann, dass er die Wahrheit sagt, haben wir hier einen Lügendetektor. Denn dieser Lügendetektor sagt zu 100% die Wahrheit. 100% wer denkt das? Auf jeden Fall. Mal schauen, ob Aika mich anlügt oder nicht. Ich werde dich natürlich auch ausfragen. Ja, und ja. Fangen wir an. Machst du YouTube nur wegen des Geldes? Nein. Quatsch. Würdest du mich für eine Million Abonnenten stehen lassen? Nein. Niemals. Das weißt du. Niemals. Du kleiner Wichser. Du kleiner Wichser. Das ist das letzte Video, was wir drehen. Würdest du einem kleinen Kind helfen, wenn du siehst, wie es gerade am Ertrinken ist? Klar. Klar. War mir das Schöne, Mann. Hast du dir schon mal vorgestellt, mit einem Jungen zu schlafen? Nein, Mann. Übertreib mich, ey. Er verliert einfach alles. Hast du schon mal hinter mir schlecht geredet bzw. gelästert über mich? Nein, du brauchst mich gar nicht so anzugucken. Ich hab mich gar nicht so anzugucken. Ja, ja, hast du dich, ja. Okay, du hast mich ausgetragt, jetzt bist du dran. Bist du noch Jungfrau? Nein, Mann. Sicher? Jungfrau, Bude. Stehst du auf Männer? Nein, Mann. Das stimmt nicht. Ey, das stimmt nicht. Scheiße, lüge. Ich zeig euch jetzt, dass dieses Ding lügt. Fragt jetzt eine andere Frage. Stehst du auf Frauen? Nein. Nein, war die Antwort. Ey, das stimmt nicht. Ey, Mann, das stimmt nicht. Ich mach dich wirklich scheiße. Ist Nutella wirklich dein Lieblingsessen? Ja, oder pro jeder, weiß das. Ach so. Du Lüge. Das ist so ein Scheiße. Der größte Bullshit über uns im Shit. Hast du dir schon mal auf schwulen Pornos eine runtergeholt? Nein. Nein. Die Bars. Bruder ist endgültig schwulen. Diese Scheiße ist 100% Fake. Null. Der größte Shit, den es gibt als Abscher davon. So, Freunde, das war's auch mit dem Video. Und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und für dieses Fake-Ding natürlich... Abonniert unseren Kanal, damit ihr dieses Video schon passt. Peace. Bis zum nächsten Mal. Peace. Utrecht. So, das war es, was jetzt schon drin. So, wie sehr gut gehen. So, ich bin dein Geld.